So, hallo, zur vielleicht letzten Folge Things, denn wir sind hier im, ja, Secret Exit vom Tan Castle of Sin und müssen da jetzt halt noch weiter gehen. Ja, Return ist nicht. Das heißt, hier kommt vermutlich noch ein Secret Boss. Und dann müssen wir noch die 50 Monde und 79 Exits abgeben. Und dann, schätze ich, ist der Hack vorbei. Und ich denke mal, dass das in einen Part reinpasst. Schauen wir, was uns erwartet. No Return, ja, das ist, äh, oh, okay. Die Hände schon wieder. Remember these, watch them closely. Was haben die da? As long as these hands exist, your mind belongs to us. Don't think, feel, and you will be. Hello, once again. Muss ich wieder gegen die Hände kämpfen? Net room, smack, jump. What? Okay. Ja, ich will dahinter landen. Das habe ich schon verstanden, aber... Hä, wie lande ich denn dahinter? Smack Jump. Aber Jump bringt mich ja wieder nach vorne. What? Smack Jump? Bis gleich Fragezeichen. What? Wenn ich springe, bin ich davor. Ähm. Die nachfolgenden Parts verzögern sich, weil ich nicht weiß, was ich zu tun habe. Smack Jump. Smack Jump. Ja, aber es ist nicht richtig, was ich mache. Hä? Smack Jump ist gleich Fragezeichen. Bittens nicht. Ach so, vielleicht. Ah, oha. Ah. Interesting. Ah, ich glaube, ich muss... Kann ich da rausspringen? Nee, kann ich auch nicht. Kann ich hier... Ah, hier kann ich normal machen. Okay. Ah. Okay. Und dann geht's da weiter. Oh je. Okay, so. Congratulations. Ja, danke. Okay. Pointless room. I give up. What? Alter! Wo bin ich runtergefallen? Da. Okay. Ist irgendwo eine Röhre am Boden oder sowas? Zurück geht's auch nicht. Erdrücken ist auch nicht. Pointless room. Okay, also da, wo die Dinger sind, kann ich wahrscheinlich stehen, oder wie? Es war einfach nur, da rüber zu springen. Das war das Rätsel. Okay. I did it, room. I did it ist gleich solid. I did it. I did it. Ach so, I did it ist solid. Ja, okay, verstanden. Ah. I did it ist in der Tat richtig solid. Ich hatte die Dinger. Dann da rüber. Dann da runter. congratulations was ist das hier last chance room lief quit give up mehr jetzt nicht vor congratulations boss room of reincarnation ich kann nichts drücken also sollte alles automatisch passieren don't think feel and you will be okay hier ist wieder keine punkte feel and you will be joh kann er sehen okay okay alles richtig klingt nach dem treffer ach ja da unten geht auch die leiste kaputt weg so das sieht super wild aus ja wie wer wird ich hiermit ausweichen sollen ach so ich rede die ganze zeit von letzter part wir wollen ja auf jeden fall noch einen part machen wo wir uns die musik in den leveln anschauen wenn wir nicht diese diese musikversion gespielt hätten stimmt das gibt es ja auch noch das mache ich auf jeden fall das nehme ich auf jeden fall auch noch auf wie soll ich denn dem aus was ich bin confused guck mal die die hand kommt einfach was soll ich da machen soll ich da stehen bleiben kurz oder was oder wie oder oben zählt irgendwas runter eins zwei null ah und dann kommen die okay immer wenn die runter gezählt hat dann kommen die da oben ist so ein timer okay dann kann ich das doch so ein bisschen timen wann die hände kommen okay dann muss ich da kurz ausweichen okay verstanden so nicht so auch nicht ich habe wieder nicht gewartet wie kann ich dir ausweichen so ähm ja die hände müssen auch weg wait what wohin hey da ist blau aber wohin hätte ich über die hände gemusst oh ich glaube ich hätte über die hände gemusst das scheint anders zu funktionieren als ich mir das vorgestellt habe aber 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 ich muss ja irgendwie die lücke reinkommen ich weiß nicht ich weiß noch nicht wie sich das spiel es vorstellt was man hier tun soll weil so bringt es ja auch nichts irgendwas mache ich noch grundsätzlich falsch ich weiß noch nicht scheiße okay ich war einfach zu langsam okay ja verstanden ich war einfach zu langsam jetzt bin ich wieder zu langsam was scheiße ach ja was wie frech das reicht nicht jo das ist ja muss ja perfekt alles zusammenpassen hä was ist das denn jetzt passt das passt jetzt nicht anhalten einmal rüber einmal hin oh joshi kriegt den die kriegen jetzt joshi ins gesicht soviel dazu treffe ich den überhaupt ah ja ich treffe ihn habe ich habe es gesehen habe es gesehen habe es gesehen und ich muss immer auf die rote anzeige gucken jetzt habe ich nicht getroffen jetzt habe ich getroffen jetzt nicht wieder nicht oh mit dem kann ich wieder treffen mhm alter nein wieso treffe ich den mit dem nicht ich wohin muss ich denn denn schießen an so eine hand oder was nicht da rein treffe ich so nein jo was kommt denn da alles alter treffe ich so ja ausgezeichnet oh da ist noch einer ich oh ich 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 ein kind die h mit ok und jetzt時候 außer Schlechter State. Okay, guter State. Oh, nicht so guter State. Ich erwisch den da unten nicht, das ist das Problem. Jetzt, okay, passt, 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 passt. Okay, wir fliegen eine Runde. Ich muss ihn nur noch einmal treffen, theoretisch. Muss bestimmt höher sein, ja. Aber ich darf wahrscheinlich auch nicht so fliegen. Ja, das hab ich mir gedacht. Ja, aber wie soll ich denn... Ich mein, wenn ich oben bin, muss ich wahrscheinlich runtergehen? Ja, und dann wieder hoch. Ah ja. Nein, schlechter State. So komm ich niemals hoch. Ja, scheiße. Scheiße. Das war schlecht. Ja, theoretisch. Könnte das klappen. Ich weiß halt nicht, wie hoch ich am Ende sein muss. Alter. Nee. Runter jetzt. Ja, genau so. Oh mein Gott. Ich hab nicht getroffen. Aber es ist alles perfekt. Es ist alles perfekt. Das ist der letzte Wurf. Ich treff nicht. Ich treff nicht. Ich treff nicht. Jetzt. Ich habe mich. Ich bin immer noch morgens. Ich habe meine Hands. Ich bin immer noch작ini. Aber ich bin immortal. Ich kann sein Tannassin. Du bist auch genauso. Ich bin auch immer noch dabei. Und dann? Ich bin auch liebe. Goodbye. Okay. Die Musik passt halt so gar nicht jetzt, aber ist in Ordnung. Und damit auch der 79. Exit normalerweise. Jawohl. Exit 79. Wir können final zum Mond. Wir sind durch. Wir haben Things beendet. Nicht, wie ich es mir erhofft hatte, komplett ohne Save-States. Bei weitem nicht. Das ist dann doch nochmal ganz schön... ...ganz schön angestiegen. Mal gucken mal, hier haben wir jetzt auch diesen Sound, wenn ich die Save-States lade. Was ist denn das? Wo kommt denn das her? Seit wann ist das denn? Habe ich da irgendwas verstellt? Weiß es nicht. Naja. Es ist, wie es ist. So, jetzt können wir hier nochmal durch. Das haben wir noch nicht gemacht. Ich verstehe, ich verstehe, das gekratzt ja echt nicht. Das ist ja noch... Das war ja noch nie in dem Level. Seit wann macht der das? Hier warten. Und dann da durch. Okay. Entschuldige mich für das gekratze. Ich weiß nicht, wie es weg geht. So. 79 Exits. I love you. I love you too. Keep this secret between us. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Weil, guckt ein paar Leute. Oh, gib mir die, gib mir die. Ich krieg sie nicht. Will die haben. Sehr gut. Und, was sieht man hier noch? Ah, ich musste den sogar mitnehmen. Star of Alaska? What? Alaskan Bush House. What? Many months after the events of things. SMC Nite went on an ice fishing trip with his brother and the princess. Okay, 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 okay. Langsam. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Kann ich hier rein? Nein. Ja. Boom of War enemies. Haben wir den jemals gesehen? Keine Ahnung. Continue. Kann ich hier sterben? Ja, logisch. Wenn ich den killen kann, kann ich auch sterben. Okay. Das war's. Sehr gut. Ja, das waren dann die Weir enemies. Exit. Hello. Bro, while we were out catching... Lass mich doch das lesen oh while we were out catching those huge bass someone kidnapped the princess. Maybe she's in that castle up ahead go save her. Oh nein Princess You thought I was done with you night. Oh, no, this is only the start. I buffed a friend of yours. Good luck. I'll see you next time pal Oha Am wir noch mehr zu spielen? Okay Wait, is that nochmal jetzt die hand? Nein, okay. Ich dachte jetzt kommt hier dings wieder Oh, plötzlich sein gegner. Okay, hi Ah, hier ist das ding Ernsthaft Es ist nochmal der handkampf Aber ist es diesmal egal welche ich treffe? Scheiße Also nochmal ein Boss. Damit hätte ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet nach dem Mond Aber ist okay Er hat keine gute Kombination hier. Nein, ich darf in den nicht reinrutschen Ich glaube ich kann nur die rote treffen Ich kann nur die rote treffen Okay Ja, ich kann nur die rote treffen Okay Okay, also auf die rote Hatte die erste nicht nur 100 eigentlich? Ich weiß es gar nicht, wieviel die hatte Okay, das war ein guter Treffer Gute Möglichkeiten hier Nein Nein Lass mich Ah, Bruder Oh Oh Den hatten wir glaube ich beim ersten Kampf noch gar nicht Interessant, dass es den hier auch gibt Scheiße Der war aber gut zum treffen Okay Mehr davon Komm nur Scheiße Das ist besser Den Dreher kannst du gerne Nein Okay, so ist gut Machst du es bitte nochmal Scheiße Oh, Bruder Ah shit Nicht aufgepasst Okay, wir sind über der Hälfte Nur nicht für safe staten Das wäre ärgerlich Aber ich kann ein bisschen reviden Also Das ist ja auch noch drin Man Nicht Schlechte Kombination Gerade Okay, so geht's Okay Schlechte Kombination Okay, passt Ah ja Nein, das macht der Divi näher Rüber Ey, wie man das am Stück schaffen soll Ist mir ein absolutes Rätsel Da muss man doch ewig dran sitzen Das sind so viele Stellen Wo man so schnell kaputt geht Scheiße Und das geht halt echt lang Also der Kampf ist halt echt lang Guter State Guter State Guter State Okay, besserer State So 26% Holy moly Scheiße Ja Jetzt machen sie es beide Wahrscheinlich Okay Okay Jetzt 22 19 12 9 Scheiße Ich komme an dem nicht vorbei Wenn er den hier macht Schwierig Okay 9 6 2 Tschüss Okay Ich frage mich Wie man dieses Handy ohne Selbst jetzt schaffen soll Ah, da war das Lied wieder Wir haben zum x-mal die Prinzessin gerettet After defeating the boss Moon save the princess from the castle You win Ending 1 complete Or ending 4 Either way Congratulations Things.smc Ich habe glaube ich beim ersten Mal schon geguckt Ob ich da Biop Ja, da ist Biop Da ist Biop Der ist immer bei ASM drin Bruder Okay 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 Dann haben wir es jetzt aber wirklich, ja Dann machen wir noch einen Part zur Musik Wenn man das ohne dieses Diesen Zusatzgramm spielt Weil mich das schon interessiert Genau Ohne dieses MSU1 Das ist der Punkt Wenn man es ohne das spielt Was da so kommt Wird jetzt hier alle Lieder aufgelistet Okay Genau das ist ja das Interessante Was für Musik lief da normal Gerade Grinders Not Source Das war ja das Zelda Theme Was ich viel zu episch fand Für das Level Hat irgendwie nicht gepasst Aus meiner Sicht Aber gut Aber guck mal Der hat einfach YouTube Videos genommen Ne Also halt Dann hättet er ja wirklich Jedes Lied Jedes Lied Was möglich ist Nehmen können Da fand ich Dafür fand ich dann Manche Entscheidungen Gerade Laser Repellent Das hatte so ein komisches Lied Ne Da habe ich dann ja das VVVVVV Reingemacht Das fand ich so viel besser Und passender Jo Während natürlich das wo man schnell sein musste Ich glaube war das After Dark City Ich weiß es nicht Das war schon großartig Das war schon großartig Und die Quelles laufen gerade Ja gut und ein Part auch von Newgrounds Junge 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 Und Ökrochester Oder so Okay Wenn ich jetzt Enter oder sonst was drücke Oder geht hier gar nichts mehr Kommt hier noch was? Kann ich noch irgendwas tun? Oder kann ich jetzt nur noch raus? Ah ok Ok Wir landen hier Und jetzt gibt es hier die 80 Jawollo Jetzt wird mich Ich wollte Oh wait Kann ich gar nicht mehr zurück? Das ist jetzt schlecht Kann ich gar nicht mehr zurück? Oh warte Ich kann zurück Sehr gut Und es hat sich jetzt die Superwelt aktiviert Also wie man es auch aus dem Original kennt Alles ist jetzt anders Jetzt haben wir hier diese Winterlandschaft Das ist auch witzig Das hat tatsächlich was Das war ein schlimmes Level Äh das war es falsch Ja ist egal Okay Gut Aber dann bedeutet das jetzt für mich Ich gehe wie gesagt die nächsten Im nächsten Part gehe ich mal die verschiedenen Level ab Und wir schauen mal dass wir so ein bisschen Musik hören können Und gucken mal Was so die anderen Musikwahlen gewesen wären Wenn wir jetzt nicht Ähm Das MSU gemacht hätten Ich bin sehr gespannt Jetzt sind wir wirklich 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 durch Danke fürs Zuschauen Und tschüss Wirklich 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 Vielen Dank.